Wohoho! Da haben wir uns gerade noch das Kabel gekriegt, ja. Wo hast du eine Aufgabe bekommen? Wo hast du die Aufgabe gekriegt? Rede nicht, rede nicht mit mir. Das, was drinne steht gerade, ist die Neue. Finde die Spur der Kreatur, das hat man doch schon mal. Wunder, ob ich alles da durch habe, habe ich gerade noch mal gekriegt. Wieso, Rischaff noch. Finde die Spur der Kreaturen, habt ihr das noch nicht abgeschossen? Eigentlich schon. Oh, ich habe mich gehört mit dem Ausgang, das war hier vorhin doch nicht. Hier sind wir jetzt. Ah, hier unten gibt es auch irgendwas für diesen, was auch immer. Mach den anderen Auftrag noch mal hin. Genau, wenn wir einmal hier sind. Diese schwanzlosen Skilly... Ich glaube, nee. Borox gibt es hier. Rosa Borox. Genau, die gibt es nicht. Und ein schlechter Schlüssel. Hier gibt es noch eine richtig gute Boost-Variante. Nicht, dass wir das brauchen. Hier gibt es so eine Mission, wo du irgendwie so ein Vieh in eine Falle locken musst. Das haben wir schon gemacht. Aber wenn du das umlegst, das Vieh, dann kannst du dich immer wieder machen. Immer wieder was dafür. War geil. Ja. Wir haben es noch einmal umgelegt. Mussten wir noch mal machen. Hup. 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 S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Geht. Drauf. Auf. Geschlecktes Boden gibt es hier auch manchmal, aber ich denke, das ist gar keine. Ich glaube, hier haben wir die alle schon abgegrast, gell? Ich denke, eigentlich auch. Der Elektroforst. Die haben wir alle schon. Den haben wir auch schon entdeckt. Hier oben ist noch einer. Warte, lass mich mal gucken. Was ist das für einer hier? Ne, das ist ein grüner. Die kommen ja immer wieder. Hier haben wir noch eine Falle. Entdeckt. Die haben wir schon. Mist. Ne, ich aber nicht. Ich habe es doch gekriegt. Auch schon entdeckt. Ja, diese seltenen F***er, die kommen ja immer wieder. Die spawnen ja. Die sind ja nicht an einem Punkt und sind dann immer weg. Die spawnen ja immer wieder. Wir hoffen nicht. Das weiß ich nicht. Töte Alvinos Gags. Ist auch nicht schlecht. Ne, das haben wir. Wie viel haben wir da von schon? Ich habe davon schon schon frei umgelegt. Ja. Wir waren ja in dem Gebiet, wo wir gerade waren. Da haben wir ja nicht alles. Immer wieder. Auf uns zukommt aber einer. Ja. Ich bin voll. Was habe ich denn schon wieder alles vermisst? Ach, mal gucken. Nach hier. Ich denke, der Idiot hat mir den Starter drauf hingefuckt. Ich bin wohl. Ach, hier unten gibt es ja auch dieses Riesesvieh. Habt ihr den schon umgelegt? Wir haben schon irgendwas Großes mal gemacht, ja. Hier hinten. Da muss man irgendwo runterhüpfen, da kommt noch ein Riesenfies. Irgendwas. Verdammt Großes. Weiß nicht mehr wie es heißt. Das lässt aber auch irgendwas Legendäres fallen. So, man kann den ganzen Waffen ja mal hinfrotten, weil die Mist. Und man ausgehauen. Oh, die wollen wir doch rechts anblasen. Ja, diese... diese Oberspinnenkönigin. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Drei, kack! Drei, kack! Die Köningen fällt und die Eier sind gesandt. Diese grausige Szene endet, als der Kammerjäger zu mir zurückkehrt. Die Eier in der Hattungér. Begierig nach Lohrn. Da war auch noch ein bisschen, wie er noch nicht fasselt. Ja. Ja! Das ist doch saut, ne? Ich würde das nicht so gut machen. Wer schießt denn die euch? Das gibt's doch gar nicht. Ja! Ja! Ja. Ich glaube hier sind wir, kommen wir hier rum eigentlich? Ja ja, da unten war dieses riesenste was ich gerade umgelegt habe. Das ist einfach nur so ein oberdurchter Spinn-Shirt oder irgendwas. Hinten kommen wir nicht weiter. Hinten ist Schluss. Hinten ist Schluss, ja du kommst nur runter und dann ist da so eine kleine Höhle. Ich glaube das ist eine Gampard Kruse. Wohin hat sich gestarten rosa Borak umgelegt. Bei ihnen war es dann noch Null. Boah was ist denn hier schon wieder los? Ich dachte die sind alle schon tot hier. Das war wohl eine Fehlinformation. Ach Gottchen, das ist ja ja. Mission abschließen ist das? Ja. Wir haben es jetzt nur noch das eine jetzt. Ich hatte diese Fehler mal auf die Gliese als Typen. Die hinten gibt es nicht. Ich bin schlussreich. Nein, ich war noch nicht hier, deswegen wollte ich schon mal kurz hergucken. Achso ist noch schwarz bei dir. Jo. Ja, da musst du ja noch runter fahren glaube ich. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie eine Trophäe, dass du alles entdecken musst oder? Ja. Da gibt es die? Da musst du runter fahren auf alle Fälle. Wo ging das jetzt runter her? Mit dem Fahrstuhl da hinten. Da kannst du runter, da ist noch eine kleine Höhle. Da ist noch eine Drecksackblase hier. Das Training zahlt sich aus. Wo ist hier eine Höhle? Wenn du mit dem Fahrstuhl runter fährst. Ach ja, ich lebe jetzt gerade den Fahrstuhl. Wenn du mit dem Fahrstuhl fährst. Wenn du mit dem Fahrstuhl fährst. Entdeckten auch schon entdeckt. Die ganzen Scheißhaufen haben wir schon. Die hier gibt es hier. Ich hab jetzt wieder ein gekriegt. Wir geben das jetzt her. Hier oben ist der Aufgang. Gucken wir vielleicht schon mal noch einen vollbeinigen Griff an. Das hier ist ein grüner. Ein grüner Scheißhaufen. Was hat das eigentlich mit den Kamin auf sich, wo du immer so viel Iridium reinlegen musst? Da gibt es vier Stück von. Wenn du die aller Akten hier kommst, hier wo ich jetzt bin, kannst du so einen Riesenvieh, so einen Ultra-Summen ranholen. Ich habe vier Stück davon. Wenn du die aller halb. Hier hast du eine Star geradeaus. Wir werden gleich hinlaufen werden. Dieser Schwein. Da brennen dann sämtliche Leuchten. Da kommt gerade ein 2-Beiniger Sumpf da auf. Ne doch nicht. Vier. Vier-Beiniger. Alleine vier. Und hier würden dann alle vier von diesen Fackeln brennen. Hier brennt aber nur eine. Also hast du nur eine aktivierte. Wenn ich sogar drei. Ja, mehrmals. In Durchgang? Ja, es brennt bloß eine. Richtig. Ist ja seltsam. Es brennt auch bloß eine. Dann müsste das Zeug nur wieder rausgegangen sein. Sie sind auch in der gesamten Spielwelt teilt. Dahinten ist einer. Wollt mal, geh ich hier noch zusammen. Da oben. Da muss ich da hinten stehen. Da muss ich oben. Da hat er sich alle decken. Auch ein großer Vorwass. Lass mich doch mal auf. Da oben ist einer. Ich sehe gerade die Abgeschlüsse. Abgeschlüsse sind. Die können wir auch vielleicht noch verleben. Abgeschlüsse sind. Wir müssen da bestimmt noch mal einiges ablaufen. Nein, ich habe glaube ich auch noch nicht alle Krieger entdeckt. Habt ihr hier oben schon alles? Wargemesser haben wir gebraucht? Nein, wir haben uns aufgetragen. Was ist das? Du hast 10 Subjekten! Komm zu Lich! Jetzt speichern das. Ah, ich habe eine geschleckte Spore gefunden. Das wird für eine Abfahrt. Ah, und einen Borderland, den ich auch gefunden habe. Vier Stück gibt es hier, habe ich vorhin gesehen. Ja, hier ist noch eins. Wenn du jetzt von oben kommst, kann ich dir das zeigen. Hier, auf der anderen Seite. Das muss ich auf der anderen Seite bei den Beinen machen. Ja, genau. Da ist es. Alles klar, ja. Und dann hier kommt es auch nur hier wieder rüber, wo ich jetzt stehe. Ich laufe dann einmal rum gerade, um den Weg hoch zu finden. Ciao. 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 Cool. Da rüber? Da ist da, wo ich gerade stand. Jetzt kommst du nicht rum, du musst da, wo du rübergesprungen bist, da kannst du außen dran vorbeilaufen. Da ist noch ein bisschen was kaputtes. Ah ja, hier kann ich vorbeilaufen, ja. Ich hab da auch eine Weile gesucht. Hier komm ich hoch, ja? Ja? Ah! Ah! Das ist was du sagst, ja? Du meinst, ich hatte hier der Blödsinn? So, jetzt kommen wir hier am lieblichsten weiter, weil hier gibt es auch diese... Da hinten ist der zweite Schwein. Hier haben wir, glaube ich, auch damals einen von diesen großen Bovax gefunden. Hier habe ich auch noch zu schwarz im Bereich, stehe ich bereit. Oh ja, hier ist er noch. Hier ist er noch. Hier ist er noch ein bisschen wie hier. Hier ist er noch ein bisschen wie hier. Hier ist er noch nicht. Hier ist es ja auch ein grüner. Das ist ja auch ein scheißer. Nee, das ist auch ein grüner. Nein. Ein grüner. Ich glaube diese ganzen Dings sind alle hier in Hand auf Brotter und so weißt du wie ich das jetzt verlässt, geht das nicht mehr. Da kann man jeder äh 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 zahle kommen. Und doch ist diese blutige Geschichte noch nicht ganz zu Ende. Ja wir waren das jetzt. Naja. Das ist ein Wunder warum der Typ ist, weil man nicht entdeckt wird. So, wo waren das denn hier? Ist das Geschirr nicht? Ah. Tja. Ah ja hier ist dieser. Die Sonne also. Ist ein Rosaner? Ne ich hoffe nicht. Das sieht gut aus. Oh. Ah. 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 Hier ist nichts. Ah. Ach süß. Ich will ihn jetzt einfach mal. Bein Nummer 2 ist auch aktiv. Das ist auch mühsam hier, das Zeug zu sammeln jetzt. Nein, Frosch unter mir! Ja, du! Ja, du! Ja, du! Ja, du! So! 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 hier ist mein nummer 3 da ist immer einer so ausreden ah ich hab die letzte leckte Spore gefunden ah wunderschön hier ist schon mal weg vom Fenster hier ist noch einer hier von 5 1 jetzt fehlen nur noch die letzte beschüttene Opfer hier ein Medikid so so mal schnell eine andere Kronate rein dann suchen wir noch ein bisserl also diese rosa Viecher habe ich überhaupt noch keins gesehen den hab ich auch noch eins aber erwischt hat schon einer ah ich hab noch einen zweibeinigen Durst da zweibeinige Töte ja Alpinos Gags herrlich schon eine Drecksackblase hier oh god da ist ja die Sandboxschüsse sind ja ewig in 3 Tage unterwegs auf dem Team ja vielleicht kommt von hinten einer mit dem Deftop und ich will ihn einfach sehr lieb schuldig auch so wo ist denn jetzt dieser letzte von den Verschüttene und was Dinger 3er haben wir jetzt der eine war vor von der Allerhut wo ich runtergefahren bin hast du den benutzt? ja da hab ich eigentlich schon Zeit gemacht also du bist vor der Durchseite guck mal also die Beine auf der Seite habe ich dann soll das eigentlich alles ist denn so ich verstehe das aber es sieht ziemlich voll aus auf alle Fälle 7 Meter Flammen 3 sehe ich ich glaube es sind auch nur 3 ne ja es sind nur 3 Flammen Da müssen wir mal wieder hinein, da müssen die anderen beiden sein. Ja, ich habe noch so eine Falle gefunden hier hinten, die wir noch nicht ausgelöst hatten. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff! Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff! Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. F*** Wie, der Mops bewegt sich denn gar nicht?